Und ein herzliches Willkommen zu Deponia Doomsday. Oh, schauen wir uns mal mit Chronicle an. Okay, reden wir mal mit ihm. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. Haben wir irgendwas? Nö. Was haben wir hier? Hm? Okay, was haben wir denn hier? Koffer, Koffer, Koffer? Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsiddinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf Anhieb. Oh, was haben wir denn? Rooftopf? Ähm, Rooftopf. Möp. Oh, du Armer. Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist... FALSORFELDEN! He, he, he. Danke, Dün. Danke, Dün. Gibt es Probleme? Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden gerichtet. Hahaha, da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt. Richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Hm? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell! Versteck dich! Wo soll ich mich denn verstecken, ne? Oh oh. Oh oh. Ach. Da versteckt er sich. Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind. Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also? Was sagst du? Ich sage, niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Papps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung! Lern es wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich! Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Ach, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon tausendmal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Princess? Nein. Mindy? Nein. Candy? Auf keinen Fall. Nancy? Nein. Oh nein. Bloß nicht. Gudrun? Nein. Princess? Nein. Mindy? Nein. Candy? Auf keinen Fall. Nancy? Nein. 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 Bloß nicht. Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichelbaran. Einschlag mit dieser genotten, glitschigen Zunge und zack. Könnte glattenen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tadaa! Siehst du, ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Schrapnellstürme. Säuretümpel. Radioaktive Geisire. Ui. Fleischfressende Nanoroboter. Bodenlose Ozonlöcher. Fallout. Oh, das Videospiel. Glassplitter-Tornados. Uh, haha. Treib-Tand. Treib-Sand. Gut. Fallout 2. Ach, er kennt doch den zweiten Teil von Fallout. Virenkolonien. Aha. Schrottlawinen. Ach, er hat man schon. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödlichen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mannen die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den ältesten Rat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Ausflüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Hm, mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg! Das heißt also, ich komme mit? Bitte, Cletus! Darf ich mit? Ja? Nein? Ach, bitte, bitte, bitte! Ja, wir warten mal wieder ein bisschen... Auch nicht... Wombatz? Wombatz! Nöööööö! Nöööööö! Deponianer? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Vielleicht ganz kleine? Nein! Klietesee! Schnabeltiere? Rotten? Die hattest du schon? Trotzdem nein! Aber Mäuse doch wohl! Auch nicht! Wombats? Oh, wie sich das anhört. Schwamm, watoch. Nöööö. Und das von Cletus, Sie haben von näööööö. Leponjana? Sag mal, hörst mir überhaupt zu? Ach! Hör auf abzulenken! Das Gegengift gehört natürlich in den Apothetenbeutel, schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt! Knatterratter.. Pfui! Nicht so heiß wäre! Haha! Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats! Ach, Klites! Du bist schon ein! Hups! Klites, dieser vermaledeite Schmierlappen! Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt wissenswert wäre. Wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Aha! Äh, nein! So... Ach, lieber nicht! Die Schmalzlocke entweckt mich noch! Okay, was müssen wir machen? Ich glaube, das müssen wir machen. Poisonius befreien! Boah! Hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Was gebe ich jetzt für einen echten Laser? So... Warte mal... Vielleicht... So... Jetzt reicht's aber! Komm her! So... Komm! Poisonius! Poisonius! Mira! Boah! Da muss ich mal kurz hierhin! Na klar... Jetzt reicht's aber. So. Komm her. Ah, Mist. So, den hab ich jetzt da. So, komm mal hier hin. Vielleicht wird Papa unbeglücklich. Ah. Jetzt reicht's aber. Komm her. Wie krieg ich den da jetzt raus? Komm, Pussi, 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 Pussi. Ich muss ihn irgendwie da... Böser Pestspeichel war ran. So. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. So, den nach da unten hin. Jetzt reicht's aber. Ah, wie... Wie... War der denn jetzt normal? Das ist jetzt wieder... Komm, Pussi, 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 Pussi. Ich will aber nicht überspringen. Ich will aber nicht überspringen. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. Oh. Jetzt reicht's aber. Komm her. Hm. Komm, Pussi, 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 Pussi. Ich muss da hin. Böser Pestspeichel war ran. So. Bei Fuß, du Kröte. Na, ich bin Papa ungemütlich. So, der ist jetzt da. Komm her. Komm her. Komm, Pussi, 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 Pussi. So. Böser Pestspeichel war ran. Böser Pestspeichel war ran. Pfff. So, der ist da. Bei Fuß, du Kröte. Hm. Hm. Gleich wird Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. So, den hab ich jetzt hier. Ja. Komm her. Komm her. Komm, Pussi, 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 Pussi. Ah. Bringt nichts. Ich werde das was bringen. Böser Pestspeichel war ran. Jop. Ich werde das überspringen. Oh, jetzt reicht's aber. Jo. Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. So, dann geh ich mal kurz runter. Zum E-Chronicle. Hm. Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem. Das haben wir gleich. Was? Hau! 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 Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir... Ist auf einmal so... Ja... Ja, wie ist mir denn? Oh. Ah, und jetzt gehen wir ihm mal schnell das Gegendift. Ja, nimm das. Dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Klateratrön. Ohoho! Oh, Kelle Doleur! Kelle nie! Hehehehe! Oh, ne! Was ist denn nun los? Aufhören! Bitte aufhören! So, jetzt können wir wieder hoch und uns die Karte schnappen. Aufhören! Bitte aufhören! Oh, das Hochboot kommt! Oha! Oha! Das Hochboot kommt! Jetzt heißt es, sie sputen! Aufhören! Mit aufhören! So, jetzt können wir hier hin. So. Aufhören! Bitte aufhören! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirn-Implantat hast, komm bitte ein Stückchen näher! So, schnell die ID-Karte. So, schnell die ID-Karte. Reckner! Stillgestanden! Oberkontrollrad an Blick! Lassen Sie gut sein, Argus! Ulysses! Herr Inspektor! Darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste! Lassen Sie das gestammeln und machen Sie sich gerade! Ich dachte wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme! Das ist es auch! Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann Klitas. Tun Sie sich an Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht! Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geklüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollen sie mir noch vorstellen? Ach, äh, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmelklitis! Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt, aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Oh, ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles Paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich! Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegs-Codes-Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat! Und? Haben Sie ein Auge auf den Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Weltplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Cletus? Sie wirken nervös! Nervös ist gar kein Ausdruck. Goal stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Ha, ha, ha! Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach, und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Cletus! Ulysses wird uns beiden! Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in Ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Das gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn Sie beim Überspielen der Aufstiegs-Codes ein Backup Ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir Ihre Erinnerungen bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von Ihrer Bewusstseins-Data-Center. Und von den Aufstiegs-Codes. Ja, das könnte funktionieren. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Code. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Mhm. Rot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten. Na und? Jo! Das war aber echt unterhaltsam, das Gespräch. So konnte ich ja kaum richtig reden. Okay, ich habe kaum geredet jetzt. Aber hier in diesem Spiel, also hier wird mehr geredet. Muss ich sagen. Und... Tja. Was soll ich sagen? Hm. Okay. So. Hm. Also, wie es bei Deponia Doomsday weiter geht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal. Euer Corganto bei Deponia Doomsday. Oh, ja. Uh.